Okay, Leute, dieser Stream ist sehr wichtig. Bitte kommt rein und schaut zu. Dieser Stream... Weil wir hören doch nicht auf. Ja, mit Streams. Nur unter einer Bedingung aber. Wenn ihr wirklich auch die Streams anschaut. Hör auf zu schreien. Das Reben hier in der Hunde. Okay, warte. Aber wollen wir erstmal das mit Dings machen oder... Hör auf, Copyright zu machen. Äh, das ist auf TT. Was ist auf TT? Diese Ansage, bla bla bla, so, come to stream. Äh, mach du, ich kann jetzt nicht. Okay. Ich zieh gut, aber meine Herzen ist ab. Hi, Leute, äh, was geht ab? Hier, Pela mit einem neuen Video. Äh, ich würde gerne lieben, wenn ihr Leute in unseren Stream kommt. Von mir und du schon. Da ist er. Äh, aber erstmal einen Namen wegblenden. Scheiße. Ähm, mein, mein ist egal, aber sein... Äh, ich muss den irgendwie noch... Oh, da ist jemand drin. Hi. Ähm, hi, der da drin ist. Bitte bleibt drin. Bitte. Ähm, äh, ja, also... Und jetzt wieder raus. Äh, wir machen gerade einen Fortnite-Stream. Ja, wir sind Weeps, aber... Äh, wir machen einfach Fortnite-Streams. Also bitte kommt, äh, zum Stream. Äh, GTA. Ja, Punkt Bros, unterstrich 57. Heißt der Kanal. Bitte abonniert, auch wenn ihr nicht abonniert seid. Und Peace, Leute. Ähm, was auf, Bart? Wir haben dich nicht gehört. Schau vor allem, was für eine Mann. Ich bin ich... Ich, ähm... Äh, mach vor allem noch Dings an. Also ich, äh, dich vor allem noch. Ja, ja, halt's mal. Ja, also ich mach schon drückt, aber du weißt, bei mir ist es selten. Ja, weil du für null Grund seit dem Video musst. Ich weiß schon, aber... Äh, Leute, ich will noch sagen, Informationen. Wir werden... Was haben wir gerade gesagt vor dem Stream? Nein, das wäre Chicken mit... Lachs. Ich schwör, sag noch ein so ein Wort. Wir sind dann wirklich... Äh, weiß schon was. ...Hops genommen. Nein, gay ist keine Beleidigung. Nein, gay ist keine Beleidigung. Gay, jetzt. Alle. Diese Leute, die jetzt sagen, gay ist ein... Man kann gay sein. Ja. Und Peter ist gay. Nein, bin ich eben nicht. Gay ist gay. Hm, deswegen hatte ich noch drei Freire. Was? Was? Wieso musst du TikTok an? Vielleicht, weil ich dieses Video gemacht habe? Und wenn man ein Video uploadet, dann ist man auf einem anderen Video? Ach. Bitte hör auf. Boah, ich stumm dich gleich. Komm jetzt. Ja, mach doch. Nein, du bist bereit, du. Wir fehlen die Superzeit. Sorry, Leute. Ja, wir dürfen nicht beleidigen, weil wir wollen auch ein bisschen Geld von Judo machen. Soll machen so einen kleinen Amount von Geld auf TikTok, aber nicht so viel. Und sag's mir, ich soll TikTok ausmachen, aber schau dich an. Das ist TikTok. Ja. Ja, ist nicht TikTok. Nein, meiner segments. Bitte mach mal los, Bruder. Ein Huh'em. Copyright traz... Eeeh. Nein. 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 call out das war nicht mein flex das video das kann nichts gesagt wann kommt dein hund wieder mal nach links so obwohl doch leute sagt mal hier im stream ist also im chat halt wie ihr dings findet gerade also die neues also das neue ding mit diesen geistern und so weiter noch mal deine eigenen videos aus pro was was für eine bist du dass du deine eigenen videos schwemme genau das wollte ich gerade einfach sagen aber okay zweiter mein gedanke zweiter mein gedanke ganz einfach gesagt was ist es was für was hast du gerade gesagt okay aber sagen bitte nicht normalen dings ein schimpfwort okay das geht das geht das geht das geht aber dings so es das es wort ja 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 ich sage nicht für das ich sage nur für es wort ist gestorben welche gilett ab die ich kenne nicht wirklich du schon was hast du gerade gesagt du wirst sehen morgen wieder früh nein mein bruder ist nämlich neben mir deswegen mein gott das ist wirklich war und ich hasse ihn nicht wegen weil er so eine bildung hat sondern weil er wirklich manchmal ein a wort ist mein gott das ist ich war jetzt schicke ich dein wie schlimm es für dich ist so es und so weiter das erst wort und so weiter so nichts war wo ist das mami sei okay okay gut gut dass du dich da gerett hast ich war sonst würdest du jetzt in der katzke vor einer tür sehen was daran gehe katzke sind geil naruto ist ja gut aber dings wieso ich schicke ich wieso die katzke ist gay sind ja früher war auch hier ist auch heute du hast mir geschadet du hast du du hast mich ohahaha du du wieso Ihren boden sind wieder da sagtschöns sind da guck bitte nein sagt sei doch einfach mal leise ja ach so ja das kann schon das kann ich schon bitte sei doch einfach bitte einmal leise bitte ja 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 govorim spanska šta šta sam ti rekao zaple seš na zoga na zoga i molim tega pitaj zato da sem ja rekao da hoću da pitam jer nemam ništa drugo da radim oj pa imaš uvijek matematika prvo što dobijek u dvorku to to da mama bit se niđer sam jer 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 sam ne molim te mama ne molim te molim te mama mama molim te molim te da ja ja mi je Ich habe jetzt ein Telefon.